Sollte es einmal nötig sein, den Zaun nachzuspannen, dadurch, dass das Leitermaterial eventuell durchhängt, so ist das hier einfach möglich. Und zwar ist das Band hier zentral in diesem Isolator befestigt. Dadurch, dass das Band in den anderen Isolatoren frei läuft, kann ich also von hier aus die gesamte Zaunlänge nachspannen. Untertitelung des ZDF, 2020